hi ich bin und du bist ich bin der roger ja genau hier unsere freunde wollen feiern da machen wir das doch mit denen man soll das machen 31 31 10 halloween hier 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 okay tun wir wir fahren am 31 10 in der milchbau die halloween freak show ja und nicht nur das sondern auch deinen geburtstag nach recht okay stimmt ich hatte diesen monat ja und deinen am mittwoch auch am mittwoch okay du hast ich habe mittwoch geil okay also ein freaky birthday show leute kommt vorbei ab 22 uhr sind die pforten geöffnet unsere freunde freuen sich auf euch und